Fantastisch! Da kommen nur Leute bei mir in den Clan, wenn man Geld spendet. Das ist natürlich vollkommener Quatsch, das habe ich ja schon öfters mal gesagt. Momentan sind ziemlich viele Leute bei uns in dem Clan-War-Clan, der nicht offiziell zu diesem Clan gehört. Also Fischi, wenn du das siehst, nenn es um. Also es ist kein offizieller Clan von uns. Es haben einfach nur ein paar Leute bei uns diesen Clan gegründet. Ich habe gesagt, macht was ihr wollt, ist mir scheißegal. Hauptsache ihr nennt ihn nicht so wie diesen Clan und ihr schreibt nichts mit offiziell rein, was natürlich beides nicht geklappt hat. Sie haben ihn The Return genannt und sie haben noch offiziell in die Beschreibung geschrieben. Das war schon ein bisschen pisst. Aber nun gut. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Ich werde, denke ich, mal so fünf Leute besuchen können. Ich weiß noch nicht genau. So, ich habe jetzt erstmal das Video gehoffen hier, was ich mir rausgesucht habe. Und muss mal eben gucken. Moment, ich muss mal eben gucken. Hier ist der erste. Genau, hier ist der erste. Clan Steirer. Wirklich Leute, es ist alles Zufall. Ihr müsst kein Geld spenden, damit ich euch besuche. Auf keinen Fall Gott bewahre. Und ihr könnt ab jetzt auch, ich werde jeden Tag diese Woche noch eine Folge für Besuche reservieren. Und ihr könnt euch dann unter diesem Video und unter den anderen Videos, die mit Clash of Clans zu tun haben, auch bewerben. Aber bitte nicht bei den anderen Videos, zum Beispiel wie Boom Beach oder Minecraft oder so. Da bitte nicht. Okay. Wie ich sehe, ein Rathaus. Sieben Base. Allerdings, die Luftabwehr finde ich ein bisschen zu zentral. Okay, du hast schon vier Bauhütten, das ist natürlich auch nicht schlecht. Baust gerade hier noch den Minenwerfer hoch. Allerdings, ja, die Luftabwehr finde ich wirklich ein bisschen zu zentral. Du musst mal gucken. Der ist ganz gut positioniert, würde ich aber die beiden auf jeden Fall tauschen. Hier unten, der ist, ja, auch ganz ordentlich positioniert. Allerdings würde ich die beiden auch tauschen. Und dann mal gucken, wie du das am geschicktesten anstellst. Ah, genau. Tauscht die beiden hier aus. Und tauscht erstmal die beiden hier. Und dann tauscht du noch quasi den Minenwerfer noch mit dem. Und dann passt's. Meiner Meinung nach. Du bist ja auch Level 51 erst. Hast Mauern Level 7 schon relativ weit, finde ich sehr gut. Ansonsten würde ich das Base-Design alles mal so lassen. Ich meine, das ist jetzt kein schlechtes Base-Design. Ansonsten Kleinburg-Mittich ist gut. Barbarenkönig ist meiner Ansicht nach zu weit außen. Da müsstest du dir auch noch was überlegen. Du solltest an meiner Stelle, würde ich, äh, gucken, ob du vielleicht ein besseres Base-Design findest. Ansonsten, wenn du damit zufrieden bist, musst du mal gucken, ob du, wie gesagt, meinem Vorschlag da, äh, glaubst und vielleicht ein, zwei Sachen umbaust oder so. Das war auf jeden Fall der erste Steirer vom, äh, äh, King Marco aus dem Clan Steirer. So. Weiter geht's. Der nächste Clan ist, äh, okay. Clan ist 3-1-1-5-1-1. Das hört sich an wie so eine Telefonnummer. Zwei Mitglieder und der Name ist 3-1-1. Ja. Das ist doch mal... Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt besonders, äh, einfallsreich ist, den sie schon nennen oder nicht, aber okay. Ähm, das würde ich definitiv tauschen. Die beiden hier sehe ich schon auf den ersten Blick. Das ist nicht so gut, wenn du die Clan-Look nicht mittig hast. Vor allem, du hast ja die Chance, sie mittig zu machen, ne? Also mach sie da unbedingt hin. Was mir noch auffällt, ist, der Barbarenkönig ist relativ weit außen. Das würde ich vielleicht auch ändern. Gut finde ich die Magier... äh, nicht die Magier-Türme. Gut finde ich die... doch klar, die Magier-Türme. Der hier ist gut und der ist auch gut. Nur der hier... äh doch, der auch. Der schützt auch zwei, ist okay. Dieses hier wird auch noch mitgeschützt. Das ist auch noch okay. Base-Design, ja, ist okay, würde ich sagen. Typisch Farming halt, ne? Und hier oben noch ein bisschen das... Fünfer-Gebäude, weil die Zauberspruchfabrik ja 5... Ne, die hat die 5 oder das war das Labor. Das Labor hat 5 Plätze. Die hat nur 4 vom Ausmaß her. Oder ne, gar nicht. Was darf ich denn? 1, 2, 3, doch... Die hat 3 und die Zauberspruchfabrik hat 4. So. 1, 2, 3, 4. Genau. Genauso wie das Rathaus nehme ich von der Größe. Äh, das Labor ist genauso wie das Rathaus und es ist. Jetzt wird ein Schuh draus. Ansonsten, ja, was ich noch... Also ich sag mal so, wenn ich dich jetzt angreifen würde, würde ich natürlich mit Luftabwehr... Würde ich natürlich mit Lufttruppen angreifen, weil das natürlich relativ weit außen schon steht. Du kommst halt relativ gut dran. Du setzt einfach von hier einmal quer rüber ein paar Loons und setzt ein paar Lakaien hinterher mit Balloonien. Da ist die Base dann im Grunde dann auch schon fast Schrott. Allerdings, ja, in den Bereichen mit Rathaus 8 würde ich da auch nicht so unbedingt so auf die Luftabwehr gehen. Die ist natürlich wichtig, nur die Frage ist, ob die jetzt außen so schlecht positioniert ist. Deswegen würde ich das erstmal so lassen an deiner Stelle. Mauern, wie gesagt, sind schon ganz ordentlich. Auf 7 natürlich auch noch ein bisschen hoch machen. Äh, Kanonen, wie ich sehe, hast du schon hoch gemacht auf Level 10. Das ist auch sehr löblich. Minenwerfer auf 5 ist auch schon okay. Das ist ja schon, ist, glaube ich, maxed, ne? Für Rathaus 8 Minenwerfer ist, glaube ich, maxed. Goldminen sind auch auf Maximum. Und die Minen, äh, und die Minen und Sammler auch alle. Und ja. Das war auf jeden Fall 311 vom Clan. 311511. So, jetzt gucken wir mal. Das ist ja noch. Den Nächsten finde. Der Nächste ist nämlich... DadadadadadadadadTat, Clan. The Epic Prisma. Der Epic Prisma ist der nächste Clan? Äh, ach ne. Das ist der Name. Oh. Oh, 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 oh. Style... ...File ist der Nächste, nehme ich. Okay, gibt es zum Glück nur einen von. Und jetzt müssen wir ja nur suchen nach The Epic Prisma, Level 56. Und das bestätigt jetzt auch wieder so ein bisschen meine Theorie, dass ich quasi immer meistens Leute besuche, die so in den Bereichen sind, so Level 30 bis 60 so in dem Bereich. Oftmals, aber nicht so ganz so viele High-Level-Spieler. Und das ist jetzt auch eine typische Farming-Base-Rat aus Level 7. Minen und Sammler. Die Gold-Mine ist auf 9. Die Sammler sind schon, der zumindest etwas höher, die anderen nicht. Also halt das Problem, dass die halbe Base jetzt zerstört ist. Deswegen kann ich jetzt nicht unbedingt so drauf eingehen. Hier ist das Lager. Warte mal, wir müssen uns das mal so ein bisschen zusammensuchen hier. Der schützt die drei Sachen. Hier müsste ein Magier-Turm stehen. Genau, hier müsste noch ein Elixier-Lager sein. Da ist das Dunkle. Minenwerfer. Ja, ich finde die Base ganz gut eigentlich vom Design. Muss ich sagen. Für eine Rathau-7-Base ist die doch ganz cool. Was hat er hier denn noch? Da ist er aber Bahnkönig. Na gut. Da ist der Bahnkönig hier zwischen, denke ich mal, werden noch die Teslas versteckt sein. Und was ist hier unten noch? Eine Kanone. Und da müsste noch ein Turm sein. Ne, da ist auch so klar. Bogenschützen-Turm, Gold-Mine und Kanone. Würde ich auf jeden Fall so lassen. Aber ganz wichtig, natürlich die Mauern hoch. Ganz, ganz, ganz wichtig, bevor du irgendwas anderes machst. Weil ich sehe, du baust gerade den Elixiersammler aus und hier die Mine aus. Bau unbedingt erst die Mauern machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist wirklich so. Hier hat mir einer übrigens einen Tipp geschrieben. Die, Fred, ein kleiner Tipp. Die Gegner haben mehr gewonnene Clan-Kriege, aber auch mehr verlorene. Das sieht man an den Pokalen. Okay. Muss ich mal drauf gucken. Während wir jetzt mal den Nächsten uns holen. Der Nächste ist nämlich, äh, Clan-Y-B-Defense. Aber wie gesagt, nochmal, es ist alles Zufall, welche Leute ich aussuche. Ihr müsst nicht spenden, ihr müsst nur hier drunter kommentieren. Und dann werde ich das randommäßig, werde ich das dann raussuchen. So, und der Name ist Der Zerstörer. Hoffentlich ist er noch hier drin. Oh, guck mal, meine Theorie wieder. Wurstbrot 28 finde ich auch einen sehr geilen Namen, muss ich sagen. Ja, es wird auch wirklich mal wieder Zeit für ein paar Besuche. Hier ist Der Zerstörer, ja. Auch so Level 50, 60 rum ist. Auch wieder Theorie bestätigt. Auch wieder zerstört. Mann, Leute. Außer das Rathos. Das Rathos hat da heile gelassen, dein Angreifer. Ja, und ein bisschen was in der Klarenburg hat er auch drin. Und ja, wenn du Rathos 7 bist, auf jeden Fall die Mauern hoch machen. Das sehe ich momentan noch bei Marble. Der hat auch die Mauern noch nicht hoch genug eigentlich. Obwohl er schon Rathos 8 ist, hat er noch sehr viele Sechser-Mauern. Ansonsten, ähm, hier müsste noch ein Lager sein. Ja, Goldlager. Hier müsste noch der Magierturm sein. Ja, hier müsste noch ein Goldlager sein. Ja. Das finde ich schon mal ganz gut. Der schützt nämlich dann das auch noch mit. Die beiden Mittig finde ich auch gut. Die sind im Grunde auch gut positioniert, weil sie im Dreieck stehen. Die beiden decken auch ganz ordentlich was ab. Ich finde die Base eigentlich, muss ich sagen, ganz gut. Äh, Teslas tippe ich mal hier zwischen, zwischen den Ecken. Auf beiden Seiten. Ansonsten, ja, finde ich, gibt es eigentlich so viel nicht zu sagen. Ich finde die eigentlich ganz gut. Also, für eine Rathos 7 Base ist das eigentlich schon mal ein ganz schönes Base-Design. Muss man sagen, ja. Boah, ansonsten könntest du vielleicht noch irgendwie noch irgendwas variieren und den Barbarenkönig hierhin packen. Je nachdem. Aber ich finde, die Mittig ist ja auf jeden Fall nicht so verkehrt. Auch wenn du jetzt natürlich gerade nichts in Clanburg drin hast. Aber generell natürlich immer schön, wenn der Barbarenkönig, natürlich auch die Bogenqueen, und die Clanburg mittig sind, um es dem Gegner natürlich dann sehr schwer zu machen, dann, ja, das zu holen. Das ist natürlich immer gut. Ja, ich freue mich schon, wenn man das nicht so oft macht, dann machen Besuche, machen richtig Spaß irgendwie auch ab und an mal. Das ist halt mal was anderes hier dazwischendurch. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und wie gesagt, kommentiert hier drunter. Ach, Updata. Updata? Clan Updata? Ne. Doch, Clan. Nein, das Ding gibt es nicht. Ah, schade. Lieber Zelda sucht die HD. Ich habe dich jetzt leider nicht gefunden. Das ist auch schon vier Tage her, dass du da drunter geschrieben hast. Ah, der Megaboss ist aber auch nur am meckern, ey. Mann, Mann, Mann. Ich bin nicht nur in anderen Clans übrigens. Das ist, äh... Das ist falsch. So, hier haben wir noch einen. Clan. Dab, 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 dab. Clan ist ob. Äh, fuck. Ich bin nicht noch nicht im Fenster drin. Okay, jetzt. Observed CV. Okay. Finde ich nicht. Ob. Oberwürst. Ober. Wörst. CV. Okay. Nein, finde ich auch nicht. Oberwürst. Oberwürst. Habe ich doch genauso eingegeben. Oder muss ich das ohne CV? Oberwürst. Oh, Leute. Wollte ich verarschen? Dann kann ich das auch nicht machen. Ah, hier haben wir noch einen. Der ist gut. Was? Was? Ziegen... Käse... Pizza. Es kann übrigens auch sein, dass ich gleich gekickt werde, weil ich zu lange online bin. Muss ich auch mal gucken. Wegen der Clan, wegen der Pokaljagd kann das natürlich immer mal passieren. So, das war jetzt auf jeden Fall Ziegenkäsepizza. Und der Name ist Lord Keks. Auch mit einem in den 50ern. Mann, Leute, ey. Das ist eigentlich ganz gut zum Vergleichen. Hier sieht man nämlich jetzt, er hat schon ein bisschen ein paar mehr Mauern hoch. Und er hat das auch auf Rathos 7 und er hat auch eine Farming Base. Das ist auch wieder so komisch. Ich habe es ja schon mal in einem Let's Play angesprochen. Wenn ich jemanden suche als Gegner, auch egal, ob das jetzt auch in Gold 1, Gold 2, Gold 3 oder so ist. Man findet nur Trophy Bases. Und wenn ich aber irgendwie Leute von euch besuche oder so. Die haben immer auch genau wie ich eine Farming Base. Und das ist irgendwie ein bisschen komisch. Als hätten nur die Deutschen eine Farming Base. Irgendwie ganz komisch. So. Ziegenkäsepizza finde ich schon mal einen sehr geilen Clan-Namen auf jeden Fall. Muss ich sagen. Ansonsten habe ich da doch ein leichtes Problem mit der Positionierung deiner Magier-Türme. Und zwar, ich finde die Base generell vom Design ist die schon mal irgendwie ganz lustig. Aber irgendwie auch relativ unfunktional. Weil du musst diese Mauer hier kaputt machen. Du bist einmal drin, du machst einen Wutzauber drauf. Hast hier sofort die vier Sachen auf einmal kaputt. Und kannst dann schon mal hier ganz ordentlich was wegragen. Ohne dass dich dieser Magier-Türme überhaupt berührt. Weiß ich jetzt nicht, ob diese Base so funktional ist von dem Base-Layout einfach. Deswegen, diese Doppeldinger hier. Da passt ja auch kein Tesla dazwischen. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob das so geschickt ist. Weiß wirklich nicht. Also ich würde mir wirklich etwas anderes überlegen. Sieht schon ganz cool aus, muss ich sagen. Aber ob die so... Ja, weil hier auch steht eine Kanone draußen. Das ist irgendwie... Irgendwie packt das nicht. Das packt einfach nicht. Würde ich mal überlegen, ob du das irgendwie mal umstellst oder so. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Leute wir schon besucht haben eigentlich. Aber ich würde sagen, einen machen wir auf jeden Fall noch. Guckei, 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 ob wir noch eine finden, war. Hier ist da noch einer. Hier ist da noch einer. Hatten nicht so viele drunter geschrieben zuletzt. Aber jetzt könnte es ja wieder machen. Name. Ach nee, er möchte in meinen Clan. Tut mir leid. Das geht zur Zeit leider nicht. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute da wiederkommen von diesem ominösen CW-Klan. Oder ob ich die Leute aus diesem CW-Klan überhaupt noch mal jemals in den Clan reinlassen werde. Das ist auch nochmal so eine Sache. So, Name. Schengiz. Schengiz. Okay, da gibt es nicht so viele von. Schengiz. Und der Name ist Munich Gladiator. Munich Gladiator. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Schengiz? Ach komm, Schengiz. Mann, wieso finde ich dich jetzt nicht? Schengiz und Co. vielleicht? Schengiz Bay? Schengiz Dvlitti? Schengiz Han? Alter, fick dich doch. Spaß. Mann. Dieses Kommentar dient dem Zweck, dass niemand erst erschreibt. Ja, das ist auch gut, was ich hier gerade gelesen habe. Ah, da ist er nochmal, der Zerstörer, Ivan. Okay, Fredonaut würdest du mich besuchen. Da ist es doch so. Haben wir doch noch einen. Wenn man mich doch so schön anschreibt, lieber Tizian, dann werde ich dem auch nachgehen. Clan ist nämlich die... Äh. Fläumchen mit Ausrufezeichen. Und... Nein, wieso finde ich das jetzt echt? Die... Ich habe mich aber nicht verschrieben. Ich habe extra geguckt. So, die Fläumchen. Okay. Warum habe ich das... Habe ich mich echt verschrieben? Okay, ist ja egal. Flauschie ist derjenige, den wir besuchen werden. A.K.A. Tizian. Was ich übrigens auch einen sehr coolen Namen finde im Real Life. Also hätte ich auch eigentlich so nennen können. Aber Flauschie ist natürlich auch ganz gut. Und er ist auch zerstört, halbwegs. Rathaus 8 und in der Mitte Lager für Dunkles und Barbarenkönig und die Clanburg, das ist schon mal nicht schlecht. Auch wenn du etwas zerstört wurdest, aber das ist ja zumindest... Hier haben sie ja nicht so viel geraubt eigentlich. Nur von dieser Seite sind sie ein bisschen reingekommen. Ansonsten... Ja, du bist relativ kurz erst bei Rathaus 8. Das sehe ich an diesem Lager und an diesem Lager, was du ja dazubekommen hast. Die Mauern müssen definitiv hoch noch, auf jeden Fall. Das würde ich als allererstes machen. Vor allem, ihr habt doch jetzt auch die Möglichkeit, mit eurem Elixier und mit eurem Gold das zu machen. Macht unbedingt erst die Mauern hoch auf Level 7. Ansonsten muss ich mal gucken, was da sonst noch so ist. Ja, Luftabwehr steht hier. Hier ist eine Kanone. Wo ist die Luftabwehr? Da ist die Luftabwehr. Die steht schon mal ganz gut. Da ist der erste. Da ist der zweite bestimmt. Und hier ist der dritte bestimmt. Ja. Auch gut. Die finde ich eigentlich auch gut. Ich finde die Base vom Design gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Würde ich an deiner Stelle auch erstmal so lassen. Aber wie gesagt, halt immer der Punkt, du musst mal gucken. Ja, ich war gerade verwirrt, weil ich nebenbei noch die Kommentare gelesen habe. Also ich würde auf jeden Fall die Mauern hoch machen und dann gucken, wie sich die Base so schlägt. Ja, er hat ja schon ein bisschen was geraubt. Aber irgendwie dieses Lager und das hat ja im Grunde nicht berührt. Musst du mal gucken, wie sich das bei dir so gestaltet. Und das war auf jeden Fall Flauschi vom Clan. Die Fläumchen. Was baut der sonst noch aus? Ja, noch den verborgenen Tesla auch unbedingt hoch, Leute. Das ist wichtig. Viele vernachlässigen das, weil der zu lange dauert. Ich habe den auch auf sieben. Und ich habe es nicht bereut. Und ich kann auch gleich schon mal anfangen, zwei Mauern hoch zu machen auf Level neun. Weil ich ja momentan aus Gründen der Pokaljagd nicht meine Defense upgraden kann. Ich wollte eigentlich diese eins, zwei, drei und vier als allererstes hoch machen. Damit es ein bisschen ausgeleuchtet ist hier. Ich habe ja gesehen, die Eckpfeiler der Level neun Mauern sind immer so ein bisschen geleuchtet. Und sind wir auch schon am Ende angekommen, dieser kleinen Besuchsfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst einen Daumen nach oben da. Ich muss doch die Umfrage auch noch auswerten. Aber wenn ihr noch teilnehmen wollt. Aber ich wollte gerade schon zeigen, weil ich dachte, ich hätte eine Facecam. Nein, hier drunter auf jeden Fall. Macht mit bei der Umfrage. Bestimmt mit, wie soll es weitergehen. Weil ihr ja die Entscheidungsträger seid in diesem Fall. Und wenn ihr besucht werden wollt, schreibt es hier drunter. Ansonsten noch einen schönen Tag. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.